Wow, Max, erfährst du schon im M440i? Wird trotzdem nix. Das wird dich wahrscheinlich krass überraschen, aber ich erkenne dich, Max. Was? Wie? Ach, Mann. Also, fangen wir an. Was denkst du, wofür steht M440i? Ich denke, das M steht für Mauri. Ich denke nicht. Und das I für in. Also war Mauri 440 Mal in deiner Frau... Was? Schluss damit. Du, ich weiß, die Wahrheit tut manchmal weh. Genau, die tut manchmal weh. Und weißt du was? Deshalb bist du auch durchgefallen. Oh, warte. Es tut gar nicht weh. Also ist es nicht die Wahrheit. Was? Ich hab es bestanden. Wuhu. Mann, der knattert.